Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Freizeit Nummer 1 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In meiner Freizeit spiele ich gerne mit meinen Freunden im Garten Fußball. In meiner Freizeit lese ich viel, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Hast du besondere Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? Hast du besondere Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? Hast du besondere Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern und entdecke neue Orte. Freizeit ist die perfekte Zeit, um kreative Projekte zu starten oder zu malen. Freizeit ist die perfekte Zeit, um kreative Projekte zu starten oder zu malen. Was machst du am liebsten am Wochenende in deiner Freizeit? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.